Das Cutworks Plus für jedermann. Der Weg zu Ihrem maßgefertigten Bauteil liegt nur wenige Mausklicks entfernt. Konstruieren Sie das benötigte Metallteil in einer Software Ihrer Wahl und exportieren Sie es als DXF-Datei. Laden Sie die Datei in den Cutworks Webshop. Zur genauen Überprüfung und Verfeinerung steht Ihnen online unsere professionelle Cutworks-Software CW-PART zur Verfügung. Wählen Sie Material und Dicke und erstellen Sie in wenigen Schritten Ihr gewünschtes Teil. Ob Modellbauer, Bastler oder industrielle Fertigung, Cutworks fertigt Laserzuschnitte ganz nach Ihren Vorstellungen. Was andere Anbieter nur in Großauflagen fertigen, produziert Cutworks bereits ab einem Stück. Genau nach Ihrer individuellen Vorgabe. Bei Bestellungen bis 9.30 Uhr via Express Plus Service erhalten Sie Ihre Bestellung bereits am nächsten Tag. Für die CAD-Software SolidWorks steht Ihnen ein kostenloses Makro zur direkten Übermittlung Ihrer Daten an den Cutworks Webshop zur Verfügung. Ausnahme ist die